Reise in ein Märchen Marks Bücherregal war gefüllt mit einer riesengroßen Märchensammlung. Eine Geschichte spannender als die andere. Doch Mark hatte keine Ahnung. Er hatte nie auch nur ein einziges Buch je angerührt. Er öffnete sie nie, er blätterte nie in ihnen herum. Er bat seine Eltern nie, aus ihnen vorzulesen. Wenn seine Mutter vorschlug, ihm vor dem Einschlafen aus dem Buch vorzulesen, hat er nur mit dem Kopf geschüttelt. Mark wollte Zeichentrickfilme sehen, und das am liebsten jeden Tag. Die Bücher erinnerten sich manchmal gegenseitig an sich selbst. Manchmal bewegte sich ein Buch und fiel vom Regal. Die anderen folgten dem Buch und fielen auch auf den Boden. Mark ging dann immer zu den Büchern hinüber, stellte sie wieder aufrecht hin und spielte weiter mit seinen Autos oder baute Baukästen. Der Junge hatte viel mehr Spielzeug als Bücher, womit er jeden Tag spielte. Einmal war er so vertieft beim Spielen mit seinen Autos, dass er beschloss, eine Brücke für seinen Bus zu bauen. Ohne lange nachzudenken, nahm Mark ein Buch und begann, eine Brücke daraus zu bauen. Das Buch war anfangs sehr glücklich, in den Händen des Jungen zu sein. Aber als es merkte, dass es nur eine Spielzeugbrücke für den Bus war, wurde es traurig. Es wollte so gerne gelesen werden. Das Buch träumte davon, dass die Kinder, die zauberhaften Geschichten darin lesen, sich alle Bilder ansehen und die Seiten umblättern würden. Bücher lieben es, wenn jemand aus ihnen liest oder sich die Geschichten daraus anhört. Marks Mutter bot dem Sohn weiterhin jeden Abend Märchen an, aber Mark entschied sich immer wieder nur für einen Zeichentrickfilm. Eines Tages kamen Gäste zu Marks Eltern. Ein Mädchen namens Martha war mit ihnen. Das Mädchen war freundlich und fröhlich. Sie bauten schnell eine Freundschaft auf. Der Junge war sehr interessiert an seiner neuen Freundin. Er zeigte Martha sein Zimmer und seine Lieblingsspielzeuge. Das Mädchen betrachtete alles mit Begeisterung. Als es die Bücher im Regal sah, war es aus einem bestimmten Grund sehr glücklich. Was für schöne Bücher du hast! Ich habe noch keins davon, aber ich habe viele andere Bücher. Ich blättere gern darin und schaue mir die Bilder an. Wenn Mama oder Papa Zeit haben, mir vorzulesen, ist das eine wahre Freude. Ich lege mich hin, höre zu und stelle mir all die Dinge vor, die in der Geschichte vorkommen. Wenn meine Eltern keine Zeit haben, mir vorzulesen, machen sie mir ein Hörbuch an. Es ist auch sehr interessant, nur die Stimme ist nicht die meiner Mutter. Ich lerne bereits selbstständig lesen und präge mir Buchstaben ein. Ich möchte alle Bücher der Welt lesen, zwitscherte Martha begeistert. Marc lenkte einen kleinen Kippschalter über die gezeichnete Straße und hörte seiner Freundin erstaunt zu. Schaust du keine Zeichentrickfilme? fragte er das Mädchen. Manchmal schon, aber es ist nicht so spannend. Wenn ich eine Geschichte aus dem Buch höre, stelle ich mir die Prinzessin ganz anders vor. Das Schloss ist dann viel größer, hat eine andere Farbe und die Bäume, die im Wald wachsen, sind in meiner Vorstellung nicht die gleichen wie in den Zeichentrickfilmen. Viele Dinge in Zeichentrickfilmen sind nicht nach meinem Geschmack. Da kann man sich nichts vorstellen und fantasieren. Sie zeigen immer das Gleiche. Das gefällt mir nicht. Die Kinder spielten an diesem Tag lange Zeit zusammen. Als Martha und ihre Eltern nach Hause gingen, wurde Marc traurig. Er ging in sein Zimmer und räumte seine Spielsachen in eine Kiste. Dann nahm er eines der Bücher aus dem Regal und rief nach seiner Mami. Mami, warum hat Martha gesagt, dass Bücher ein Fest sind? Die Mutter lächelte. Sollen wir es heute mal ausprobieren? Ich lese dir das Buch vor und du hörst einfach zu. Ja, das hört sich super an. Ich bin total gespannt. Der Junge wickelte sich in eine Decke ein und lauschte der Geschichte zu. Er stellte sich alles vor, wovon in der Geschichte die Rede war. Geheimnisvolle Wälder mit seltsamen Bäumen, tapfere Ritter auf wilden Pferden, magische Schlösser und schöne Prinzessinnen. Er fühlte sich, als wäre er selbst in diesem Märchen gewesen und hätte alles mit eigenen Augen gesehen. Dann sah er sich die Bilder im Buch an und als seine Mutter das Buch weglegte und ihm einen Gute-Nacht-Kuss gab, schaute er lange aus dem Fenster. Es regnete leicht, die Tropfen glitzerten auf dem Glas und das Licht der Nachtlampe spiegelte sich darin. Es war sehr magisch und festlich. In dieser Nacht waren Marks Träume wunderschön, märchenhaft und magisch. Am Morgen wachte Mark gut gelaunt auf. Er stand auf, ging zum Bücherregal und nahm das Buch, das ihm seine Mutter gestern vorgelesen hatte, in die Hand. Er sah sich alle Bilder noch einmal an, strich vorsichtig mit seiner kleinen Hand über die rauen Seiten und stellte das Buch behutsam zurück. Er wird sich heute Abend keinen Zeichentrickfilm ansehen. Er wird seine Mutter bitten, ihm vorzulesen, damit er seine Reise durch das Märchen fortsetzen kann.